Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum wiederholten Male also ein Antrag der AfD, der das angeblich so erfolglose und folgenschwere Corona-Management der Landesregierung hier kritisiert. Bemerkenswert ist dieser Antrag leider deswegen, wenn man sich mal die Entwicklung der letzten Tage und Wochen hier anschaut, aktuell stand heute mit einer Inzidenz von 6,0, zeigt es doch, dass wir hier wirklich gut vorankommen und dass die Zahlen sinken und dort sicherlich auch die Getroffenen und auch, das will er nicht hören, ist klar, weil es nicht in seine politische Linie hier passt, die jetzt hier seit Monaten propagiert wird und ich glaube, wir sind, und das müssen Sie eingestehen, besser als viele andere Länder in Europa und weltweit durch diese Krise, durch diese Pandemie bisher gekommen. Und da kann man auch Punkte kritisieren und das haben wir als CDU ja auch getan, das haben wir ruhig persönlich getan, aber das ist ja gar nicht die Frage, aber Sie können ja nicht leugnen, dass jetzt auch die getroffenen Entscheidungen, auch was das Thema Kontaktbeschränkungen angeht, nun gar keinen Einfluss auf die Zahlen gehabt haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, das werden Sie ja wohl hoffentlich hier nicht leugnen. Dass sich die Pandemie auf das Leben der Menschen und die wirtschaftliche Situation des Landes ausgewirkt haben, ist richtig. Allerdings ist dies auch die einzige richtige Aussage Ihres Antrages. Sie behaupten, die Bewertung der Pandemie selbst sowie die Maßnahmen der Landesregierung zur Eindämmung des Virus hätten zur Polarisierung geführt. Dabei ist es gerade Ihre Fraktion, die durch permanentes Provozieren und Verunsichern der Menschen Polarisierung bewirkt hat. Und dass der Kurs Ihrer Fraktion nicht mal mehr von der eigenen Parteibasis getragen wird, das konnten wir nun eindrucksvoll vor einigen Wochen bei Ihrem Landesparteitag sehen, meine Herren von der AfD. Wenn ich dann am 18. Mai im Nordkurier lese und ich zitiere, die Partei will Mitglieder einer Fraktion haben, die auch arbeiten und nicht nur Abgeordnete, die vier Jahre eher mit Untätigkeit glänzen und dann Sturm machen, hieß es von nicht wenigen Parteimitgliedern. Das sagt also Ihre Basis zu Ihrer Arbeit hier und das Ergebnis ist auch deutlich. Sieben Abgeordnete haben nicht mal einen Listenplatz bekommen im ersten Anlauf. Ich bin sehr gespannt, wie dann die Fortsetzungsveranstaltung wird. Das wird hoffentlich genauso unterhaltsam wie die erste. Sie sind also nicht mal in der Lage, hier einen Parteitag zu organisieren. Sie haben sich komplett von der Parteibasis hier entkapselt an der Stelle, so weit von entfernt. Das kann ich Ihnen wirklich gratulieren. Sie haben es in fünf Jahren geschafft, sich komplett zu entfernen von Ihrer Parteibasis. Da sind Sie mucksmäuschen still, da kommt kein Zwischenruf mehr. Von daher trifft es wahrscheinlich in der Tat das schwarze. Professor Weber, ja, Ihr, genau, Ihre Wahlergebnisse haben wir ja auch gesehen. Herzlichen Glückwunsch noch mal dazu, als parlamentarischer Geschäftsführer nicht mal auf die Liste zu kommen. Das muss man erst mal schaffen. Herzlichen Glückwunsch, das ist wirklich einmalig hier in der Geschichte dieses Landes. Und Herr Kollege Dr. Jess, Sie gehören ja nicht zu den Untätigen. Sie haben ja wirklich, waren ja einer der Fleißigen hier auch in der Enquete-Kommission. Sie haben sich auch irgendwann mal reingearbeitet, auch in Ihre Reden hier, auch wenn ich es inhaltlich nicht teile, aber Sie haben sich ja mehr Mühe gegeben als der eine oder andere. Aber ich kann es Ihnen natürlich nicht noch mal ersparen. Sie haben ja auch in Ihrer Rede noch mal den hochgelobten schwedischen Weg hier angesprochen. Denn mittlerweile hat ja selbst der schwedische König und das sollten, Sie ja auch einen gewissen Respekt vorhaben, denke ich mal, als vor der Monarchie gesagt. Und ich zitiere, ich glaube, ich glaube, wir haben versagt. Na wieso, Sie schwenken doch die schwarz-weiß-roten Fahnen, wir sind doch bei den Demos mit dabei. Das zeigt mir doch, dass Sie der Kaiserzeit hinterher laufen. Also, Zitat des schwedischen Königs, Zitat des schwedischen Königs, Zitat des schwedischen Königs, ich glaube, wir haben versagt. Viele Menschen sind gestorben und das ist furchtbar. Das schwedische Volk hat enorm gelitten. Und Sie stellen sich immer noch hierhin, verteidigen diesen schwedischen Weg, obwohl mittlerweile selbst die Schweden erkennen, dass sie auf dem Holzweg waren, meine sehr verehrten Herren von AfD. Sie haben wirklich nichts dazugelernt. Und mit dem ständigen Relativieren der Pandemie durch den Vergleich mit einer herkömmlichen Grippe, Zwischenrufe ja eben auch wieder, das Herunterspielen der gesundheitlichen Gefahren bis hin zum Verharmlosen der Todeszahlen, haben Sie nichts, aber wirklich nichts zur Bewältigung der Pandemie hier in Mecklenburg-Vorpommern beigetragen, meine Herren von der AfD. Im Gegenteil, Sie haben Bürger eine falsche Sicherheit vermittelt und so zur Eindämmung des Virus nicht aktiv beigetragen. Das Tragen von Masken, die Einhaltung von Mindestabstand wurde von Ihnen ja mehrfach verhöhnt, öffentlich ja auch zur Schau gestellt, dass man davon nichts hält, selbst in der Hochphase der Pandemie. Und jetzt noch einmal zu Ihrer zentralen Forderung, nämlich einer neutralen wissenschaftlichen Analyse. Das finde ich schon spannend. Weil Sie machen, werfen uns ja vor oder der Landesregierung oder der Bundesregierung oder wem auch immer, dass wir uns nur Wissenschaftler aussuchen, die uns irgendwo zum Munde reden, wo es keine Kritik gibt etc. Aber genau das Gleiche fordern Sie doch aus. Sie wollen ja auch dann Wissenschaftler nehmen. Sie sagen ja ganz genau, wen Sie nicht dabei haben wollen und sagen, wen wollen Sie denn dabei haben? Also genau so geht es doch auch an dieser Stelle. Und Sie unterschlagen dabei ja auch, dass auch die Landesregierung, die Entscheidung der Landesregierung auch immer auf wissenschaftliche Begleitung gefußt hat. Sie sind ja nicht vom Himmel gefallen, die Entscheidungen, sondern man hat sich beraten. Das hat der Minister gesagt, da waren Wissenschaftler dabei. Die haben auch Fehleinschätzungen getroffen. Das gehört doch auch zur Wahrheit dazu. Das haben wir ja im Zusammenhang jetzt mit den Aufstiegsfeierlichkeiten von Hansa gesehen und den Aussagen dort von Professor Reisinger. Auch dort wurden Fehleinschätzungen gegeben. Das gehört glaube ich auch dazu. Und da glaube ich, bricht man sich auch keinen Zacken aus der Krone, wenn man auch dazu steht und sagt, das gab doch auch Fehleinschätzungen. Völlig klar. Und von daher weiß ich nicht, was das hier werden soll. Und wie gesagt, die Eignung eines Wissenschaftlers entscheidet sich nicht daran, ob sie in das Bild der AfD passt oder nicht. Zusammenfassend kann man eigentlich nur sagen, es ist ein inhaltlich falscher Antrag mit einer sehr entlarvenden Intention und einer Aussage, die wir sehr klar und deutlich ablehnen. Und ich freue mich, wie gesagt, dass das wohl scheinbar nicht nur ihre Parteimitglieder so sehen, sondern wenn man das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt sieht, auch die Bürgerinnen und Bürger sehen es so. Sie haben ihren Zenit überschritten. Bei Ihnen gehen die Zahlen runter, bei anderen gehen sie rauf. Das ist gut so, meine sehr verehrten Damen und Herren. In diesem Sinne herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihren Antrag lehnen wir ab. Applaus Applaus Applaus